und ein hallöchen zu meinem neuen tutorial über meinem live stream heute über world of warcraft ok mikro getestet jetzt geht's los noch was zu sagen in paar minuten geht's los wir sehen uns dann gleich wieder und ein herzliches willkommen wieder zurück so wie versprochen geht es jetzt weiter in die nächste runde von world of warcraft natürlich damit starten wir mal mit f1 f1 ist ja schon jetzt kommt mein zweites intro sag ich mal wir let's play wie immer mit mir bei meinem neuen intro wie alle das intro halt kennen was soll ich dazu sagen es wird heute spannendes spiel hier in der gruppe in skype habe ich natürlich jemanden auch noch eingeladen sag mal hallöchen hallöchen ich muss hier gerade die ganze abg ist akzeptieren ich war lange nicht mehr wie gesagt ist alles in ordnung jetzt schalten wir zurück auf world of warcraft mit der f5 ich bin drin ja ich glaube ich muss hier ein ganz kleines bissel leise erweitert ein kurzes problemchen habe ich gerade hier es geht gleich weiter kein problem in meinen live stream beziehungsweise expert habe ich alles vorbereitet falls mal so ein ausfall passieren sollte aber jetzt ist es schon wieder zu weit also ja so sprache ist ja deutsch nur dann schöne arten das rimmels wählen ne spieler gegen spieler rollenspiel rollenspiel pvp oder normal na du musst jetzt erst einmal auf den server kommt veröffentlicht wo sehe ich das sind würde ich muss ich mich erst einloggen und dann auf den server zu kommen oder wie kurzen moment werden wir machen hier mal kurze pause wir erzählen ja jetzt hat in der kleinen pause was also noch mal muss ich mich jetzt einloggen auf den server zu kommen oder wechseln 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 wir müssen das macht auf dem server mach erst einmal schnell schnell so bin drin so ich sehe das sport ein rämel auswählen sprach wechseln rämel auswählen rämel vorschlagen mein gott gibt es so einen fest und der stürme ja warte warte ich bin ja schon level 3 ne ja ich komme mir doch irgendwie nicht klar wechsel dort muss fest und der stürme sein wenn ihr wollt ihr könnt natürlich auch auf dem server spielen wir würden uns immer freuen nicht wahr ja aber gerade was war irgendwie hat sie mal für sie aufgaben das hört sich aber nicht gut an so schalte mal kurz wieder weiter zum world of warcraft rein hier seht ihr mein miss auf pendaria ich finde das hammer geil so ein programm zu haben natürlich kann ich es kostet halt einiges so ein programm wo man ja ich hoffe es ist jetzt mal auf 1080 pixel punkte und ja also ich muss jetzt selber sagen ich finde mein starter bild auch nicht schlecht jetzt sein kombination aber wir wollen ja weiterhin würde vor kraft gehen und man muss halt alle kombinationen kennen die man halt kennt nicht wahr zum aufnehmen ist es halt verdammt am meisten zu ändern so klar wir haben es wechseln so und jetzt was muss ich welchen rammel wechseln fest und der stürme in klammer pvp das muss auf miss auf pendaria sein er ist ja müssen fest und der stürme klammer pvp ja ok ja 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 was soll ich mich so nennen nee du musst den charpander deswegen müssen wir erst mal erstellen ja ja war ein panda ja warum so lang stelle ich wieder mal mein intro rein ich weiß es ist blöd aber ich schaue mal erst einmal hier in diese welt wieder rein um diese welt zu betreten blöd wieso muss ich ein panda nehmen weil sonst kann man nicht zusammen zocken ach so ja bitte noch einen kurzen geduld außer kurzen geduld ja ein kurzer geduld ich weiß nicht jetzt sind wir wieder in world of warcraft diesmal eingeloggt ich muss mal gerade selbst gucken ich weiß nicht welchen ich kriege oder was keine ahnung was hast du ich bitte einen schamanen äh magier nimm wir machen hier eine kurze pause würde ich sagen wie hoffen wirst du das oder doch nicht oder doch oder ein kurzer moment noch wir warten es geht gleich weiter okay ich hoffe ich kann das gerade weitermachen gedrungen hast du es ist hier ein bisschen noch kompliziert die Sachen überfrisch Apollo? ja ah jetzt hört er mich wieder an so ich bin ich hab wieder aufgenommen ne dass du auf den letzten Stand bist ne ne ach ich muss mich jetzt auch mal beschäftigt gleich machen ich hab gleich eine ganze Folge spammt oh das ist natürlich schlecht das verstehen die Leute auch wir sind nochmal wie immer auch in World of Warcraft versuchen wir jetzt erstmal die Emissionen so um teils zu machen was ist das satt ne das ist jetzt mal eine Schildkröte da das war unsere letzte Crash wer sich da noch erinnert ich find um los für die sagen ja du musst doch eh noch dran spielen okay ich gehe mal erst noch mal zum meister was er mir sagen will seit gegrüßt so erst muss ich eure ausbildung abschließt das programm kann nicht gestartet werden die computer fehlt installieren sie das programm erneut oder das probleme also da oben musste er sein es ist ja doch ich bin hier gerade am überlegen der sagt an volle pulle was sagt er na du sagst es was sag ich volle pulle und ich such diesen vermissten da ich finde den irgendwie gerade nett der sollte doch ein bohr ich jetzt habe erschrocken ich hätte recht klick um irgendwas mit waffen und dann noch vor sollte doch eigentlich hier sein ich bin jetzt ein bisserl verwirrt über world of allcraft dort ist der kaputten wagen und ich krieg das irgendwie gerade nicht hin also nicht hinkriegen heißt nicht hinkriegen aber da bin ich doch habe ich es jetzt aus gesehen abgebrochen oder ich glaube noch mal zum meister zum meister es verwirrt mich jetzt hat einiges berichtet mir von euren reisen ich habe es lange nicht mehr gespielt willkommen ich bin für wie habe ich eigentlich zweimal gespielt und mehr nicht mögen euch die nebel beschützen irgendwie hat er bei mir vor langsam zu hallo die nächste runde geht auf mich möge die jadeschlange euch leiten da oben zeigt er dann laufen wir halt ein bisserl mal weiter sehen wir uns überhaupt schon nee du musst noch ein bisserl spielen weil ich bin ja weiter ich dachte du wärst nicht so weit bin ich ja auch nicht mein antrag kommt es ist ja noch ach da ist ja ich wusste irgendwo finden ich muss zuerst etwas anvisieren hallo ich brauche schon 30 kommst du mit nein ich meinte den anderen Panda hier ich glaube man könnte sogar so jetzt rauszoomen oder wir müssen ihnen folgen ich hoffe es legt mit bei euch wie gesagt wir machen jetzt kein live stream der nimmt jetzt mal nur so auf oh jetzt höre ich die attacken richtig war es wegen dem ding so stimmt weil noch nicht alles geladen ist ja abgrenzen runtergeladen hallo ich muss jetzt zurückkehren am flussteig also die grafik ist verdammt gut berichtet mir von euren reisen die nächste runde geht doch geht doch seid gegrüßt schön euch zu sehen möge die jadeschlange euch leiten seid gegrüßt nimm mal an die jumpt aber wild wir laufen ganz gechillt mal dort nach oben und das machst du so irgendwie die quests sind tausendmal leichter als früher muss ich sagen das wäre wieder wow zocken das verwirrt mich heute diese kreaturen fern während ich meditiere schon bald werden wir die gesuchten antworten kennen dieser zauber ist noch nicht bereit es kann diesen zauber noch nicht wirken ich habe kein ziel das lädt immer noch auf ich brauche ein ziel ich musste erst etwas anwesieren magia ich brauche ein ziel dieser zauber ist noch nicht bereit ich habe kein ziel das lädt immer noch auf ich kann das nicht angreifen ich kann diesen zauber noch nicht wirken ich musste erst etwas anwesieren ich kann dieses ziel nicht angreifen ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich brauche ein ziel dieser zauber ist noch nicht bereit ich habe kein ziel ich kann das nicht angreifen ich muss sie erst etwas anwesieren ich muss sie erst etwas anwesieren ich kann dieses ziel nicht angreifen ich brauche ein ziel unser pfad offenbart sich sprecht mit meister shang chi er wird wissen was zu tun ist ah da ist er mein maester vergesst verletzungen aber vergesst niemals güte das vergessen wir nicht die nächste mission beginnt ich hoffe du kommst auch mal an deine nächste mission nicht lange vielleicht sehen wir uns auch mal in einem game wenn ihr schon mal gehört habt mein fraps funktioniert nicht mehr ich weiß auch nicht mehr warum es ist halt ein bisschen blöd muss man mittlerweile sagen dieses programm hält mich wenigstens bei laune das hat mit mir gegen affen wie ich das hasse das blöde affe wir verstehen uns ich glaube das sollte jetzt für heute genügen für mich also für den kerl der an der leitung ist glaube ich mir nicht was? aber ich glaub ja ich war es gemeint ich mach auch dort jetzt meine sogenannte dringpause eigentlich geht es ja dann nicht mehr weiter ich sollte ja sagen es war schön das let's play zu machen über world of warcraft und bis zum nächsten mal ab hier herau und bis zum nächsten mal würde ich sagen schaltet ein wenn ihr wieder was von mir hört